Guten Tag miteinander, Videoblog 7, heute zu einem ernsten Thema. Wir haben ja letztes Freitag aufgehört mit Grillieren und haben uns ein Bier gegönnt. Das Problem ist, wenn wir jeden Abend ein Bier oder auch noch ein Glas Wein dazu gönnen und nachher noch ein Schnaps essen, langsam aber sicher zeigen wir das Suchtverhalten. Die Sucht entwickelt sich nicht während dieser Corona-Zeit, aber sie kommt schleichend und wenn wir nach der schwierigen Zeit nicht mehr zurückkommen, dann haben wir ein Problem. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben das Problem auch schon, schauen Sie sich einmal an, was Sie auf www.suchtschweiz.ch finden. Vielleicht hat es hier auch ein paar Tipps für Sie. Ich habe mich heute auch noch mit dem Bundesrat Alain Berset treffen dürfen. Er ist ja unter anderem auch Vorsteher vom BAG, vom Bundesamt für Gesundheit. Das Bundesamt für Gesundheit hat da das Quiz herausgegeben. Da hat es ganz viele spannende, auch lustige, aber auch Fragen wie, wo einem nachdenklich machen. Eine davon lese ich Ihnen gerade vor. Schauen, ob Sie es wissen. Was wird durch regelmässigen Alkoholkonsum grösser? Antworten. A. Der Magen. B. Die Brüste. C. Der Penis. D. Das Gehirn. Die Auflösung dazu finden Sie hier. Zum Glück gibt es aber auch Alternativen zu diesem Glas Wein oder dem Martini Bianco am Abend an der Strandbar. Und ein wenig das Ferienfeeling eröffnet uns das natürlich auch. Die richtige Farbe hat es. Und mit dem passenden Bild dazu haben wir auch gerade eine kleine Ferienstimmung. Schönen Abend miteinander. Wir sehen uns am Freitag wieder. Prost. Wir sehen uns beim nächsten Mal.